So, dann kann es jetzt endlich losgehen. Bitte? Gruppmannführung verfügbar. Wer ist eine Gruppmannführung? Ich wahrscheinlich. Gerade. Ach, stimmt. Du hast die Krone hier drüben auf. Mir ruckelt es gerade ein bisschen. Warum auch immer. Wie ruckeln? Mein Charakter ist behindert. Aber egal. Spiel starten. Rinderding, hast du wohl auf Tanks noch? Nee. Dann weiß ich nicht, warum es ruckeln sollte. Schon nicht. So, noch eine Stunde und 47 Minuten. Yay. Yay. Schwere Geburt. Unwerflich. Ja, dann... Hau los. Zwölf Jahre warten, haben wir ein Ende. Zwölf Jahre und eine Stunde 47. Machen wir den Ton wieder an. Warte mal, ich hab den Ton aus. Akt eins. Ich geh kaputt. Du gehst kaputt? Nee. Mach kaputt, was dich kaputt macht! Bei mir ruckelt es auch ein kleines bisschen. Das ist gut. Ja, bei mir auch, ja. Warum? Keine Ahnung. Das ist nicht gut. Weil ich noch aufnehme. Das stimmt an World of Tanks. Nee, haben wir ja ausgemacht. Ja, aber... Ja, jetzt geht's dann. Pass auf, ich mach ein paar Schattenqualität, Mittel... Ich guck mal schnell nach meinem... von meinem Rahmen. Ja, jetzt bin ich wieder auf dem Weg. Kannst du jetzt noch joinen? Ja, klar. Ich kann dich bestimmt wieder einladen. Ja. Also Helden ist es geladen. Ich kann dich einladen. Gut. Ging nicht. Wie ging ne? Ging nicht. Bist du gerade dabei, eingeladen zu werden? Seh ich da. Also es hat auf jeden Fall noch irgendwelche... Du hast abgelehnt, Arter. Nee, ich hab angenommen. Da steht gerade, du hast abgelehnt. Ich hab angenommen. Du kannst dich gerne dann auf dem Stream angucken. Klär dich nochmal ein. Nee, ich bin drin. Aber nicht bei mir. Ganz ruhig, ich bin schon auf dem Gruppenbeitritt. Thomas, nicht schießen. Nee. Komisch. Thomas. Böse. Böse. Aber Böse. Ich hab mir gar nichts getroffen. Nee, und? Mich? Was ist denn mit Friendly Fire? Ah! Ah! Ruhig brauner. Böse. 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 Du bist süßnackig. Oh, jetzt. Bin da. Und es ruckelt nicht mehr. Was geht nicht mehr? Es ruckelt nicht mehr. Es ruckelt nicht mehr. Verleicht doch. Jawoll! Könnt mal die... Ne, Steuerung machen wir später. Scheiße Steuerung. Neue eine Brosse, was eine Maus. Können du? Ach nee. Böse. Hier waren früher mal Monsters. Haben aber schon kalt gemacht. Hab ich gemacht, ja. Kann man irgendwie looten? Komm dann. Wir looten. Wo denn? Wo denn? Wir haben Barbar dabei. Der kann das eigentlich so erledigen. Ich bin aber langsam. Updates! Nice. Wie kann man Loot anzeigen? Alt noch? Hm. Oder einfach hinlaufen. Weil gibt's ja kein Loot. Speicherpunkt. So. Ist da schon was in der Kiste drin? Ja, Heiltränke. Schmätinom hier. Goodie. Was sind das hier eigentlich? Stur. Hedge. Ach, das sind unsere Flaggen hier. Wo wir dann respawnen oder so. Da kannst du dahin teleportieren, wo du bist. Wo ist ein Thomas gerade? Gucken wir mal. Ah. Ist der? Im Haus. Im Haus, ne? Hol dir sich wieder einen kleinen nächsten Drink. Pass auf! Mach'n Doot! Wir gefährlich, oder? Unbeliebeweil. So, Paul, geht's damit er automatisch ein, ne? Was passiert hinlaufen? Ja. Froststrahl! Schnell hier neue Fähigkeiten einsetzen. Neue Fähigkeiten, ne? Neue Fähigkeiten, ne. Hammer die Uhr an! No. Ich neb's. Statt. Gudi. Ich würd mir ja mal's überziehen, wir sind ein bisschen frisch hier. Ach. Ne? So, der Pfeil zeigt an, wo wir hin müssen auch. Ja. Gut. Was hast du denn jetzt da drin noch gefunden? Thomas, da bist du drin, oder? Na, ich hör mal aufs Buch. Achja, mach mal. Dachtest du? Mh. Leben der Tote. Wenn ich mal aufs gleiche Level komme wie ihr auch. Töte die scheißliche Mutter. Jawoll. Mehr Mut. Richtig so, äh. Kann ich hier reinzoomen? Ne, schade. Da ist er. Kill it. Ich bin mal bei 0 von 3 Müttern. Ich bin mal bei 0 von 3 Müttern. Ich bin mal bei 0 von 3 Müttern. Was mit deiner Mutter? Deine Mutter knuspert beim Reden. Deine Mutter Sitz und Stehen. Hier. Deine Mutter ist so fett geblockierten Blizzard-Server. Deine Mutter schwitzt am Kacken. Ah, schön. Hier, ich hab noch 0 von 3 Müttern. Ja, ich auch. Ja. Gehen wir schon hin. Geil, ich kann's ein bisschen weglooten hier. Kriegt überhaupt nichts. Nee, das ist für jeden das Loot geteilt, Mann. Wir sind doch jetzt im Jahre 2012. 80. Da kannst du nicht mehr weglooten, Paul. Ah, schade. Mach'n kaputt! Mach'n kaputt, was dich kaputt macht. Machen könnte. Ja, stimmt, das ist ja Diablo. Mutter! Mutter! Mach'n kaputt! So, jetzt haben wir ja einer. Hier drüben ist irgendwas. Keller! Mach'n, ich muss mal ganz kurz meine Steuerung anpassen, ja. Was gibt's denn für Steuerung? Du drückst mit der Maus dahin, wo du hinlopen willst, oder ne? Ne, Inventars bei mir S. Das sieht krassig aus. Ach so. Hm. Ja, scheiß drauf. Jetzt gibt's keinen Bock. Ich stell mich schon mal an den Kellereingang, ne? Also... Ich bin schon drin. Also du bist schon drin? Ich mach'n kaputt. Okay. Kriegt aber der Thomas keine Erfahrung, ne? Nur wenn er seine Steuerung umstellen muss. Ah, so viel Teamplay ist hier, ne? Teamplay? Ah, fuck it. Was willst du denn überhaupt umstellen? Ja, geht schon. Das war's schon hier unten wieder. Kannste draußen bleiben. Na, ich weiß. Warte geht's! Wunder Klamotten anziehen. Ach, zehn Jahre geworden, es gibt keine Klamotten. Zwölf. Okay, cool. Komm! Offen dates! Nicht genug wuppt. Reich eines Abenteils. Hm. Kommt was raus! Was ist das für ein geiler Strahlen, den du hast? Ja, Froststrahlen. Die geilsten CGI-Effekte hat hier der Ton. Ja, ne? Der Hammer von Paul ist aber auch nicht schlecht. Richtig einen Hammer hat er. Hm, der Hammer. Da hängt zwischen meinen Beinen. Was machst du denn hier? Gold. Ich hab einen Baumstumpf gefunden. Geil, da war Joli drin. Aha. Guck mal, jetzt hab ich andere Klamotten an. Bin ich viel hübscher. Ui. Du hast einen Schal um. Ach stimmt. Ja, du hast ja auch ein bisschen Hammer. Ja, du hast ja auch ein bisschen Hammer. Ich denk's, wollen wir weiterbleiben. Da war ja was. Lass mal hier in den Keller gehen. Wir kriegen erstmal... Lass mal in den feuchten Keller gehen. Ne? Wir kriegen erstmal 5000 mehr Gold, oder? Kann das sein? Irgendwie schon, ja. Ja, dann lass in den Keller gehen. In den feuchten Keller, los. Und los. Da fühlen wir uns wohl. Da ist ja wirklich feuchter Keller. Naja. Ich erzähle keinen Unsinn. Ach, Gaming. Nein! Hinterhalt! Mach kaputt, was dich kaputt macht. Die sind schon ein bisschen schwerer als alleine. Ja, das soll doch so sein. Schock-Impuls! Gleich mal ausrüsten hier. Ja, ist aber auch völlig in Ordnung, dass die schwerer sind. Wieso bist du Level 3? Naja, am meisten kaputt gemacht hat. Ich war schon im anderen Keller alleine. Das holen wir auf. Epic Micro. Warte mal, halt. Hier haben wir es verpasst. Immer schön Karte aufdecken, ne? Oh Gott. Kann man hier rennen? Mit sowas spiele ich. Hab ich doch gesagt, ich explote hier auch alles. Oh Gott. Klar. Mach mal hier, das Ding ist kaputt. Neue Fertigkeit. Ähm, oh Gott, wie ist das? C? Nee. H? K? Fertigkeiten? Einfach unten deine Fertigkeit anklicken. Du musst mal Steuerung umstellen. Ja, ne? Spalten. Zeug 5 Woot. Greif mehrere Gegner an. Das ist geil. Machen wir. So. Also das dauert eine Weile, bis sie dann unten umgeschaltet ist. Da muss das mal reinfüsten jetzt spielen, ne? Weiß wie es aussieht. Mutter! Mutter! Da siehst du das doch schon. Geht doch alles. Geht doch alles. Keine Geld? Ja, genau. Oh, ne gröbe Hand-Axt! Oh. Okay. Hab ich mir das coole vorgestellt. Und wenn ihr da so einen komischen Heiltrank einsammelt, dann sind alle geheilt, ne? Habt ihr mitgekriegt. Das sind eine Heilkugel, meinst du? Das ist ja eigentlich ziemlich geil. Ja. Macht auf jeden Fall viel Sinn. Uns gibt da doch Heiltränke. Ich hab gedacht, die wollen sie abschaffen. Ne, es gibt doch welche. Aber die haben halt einen ganz schönen Delay, ne? Ja. Ist aber geil zu dritt. Ja klar, sag dir genau was. Spiel ist so alleine geil. Wenn's nicht so wär. Von der Monsterschwierigkeit bin ich halt. Ja. Oh, ich hab ne wandelnde Leiche. Geiser, alleine ist kein Ding. Was macht ihr? Ne, drauf gehen, ne? Alles zu zweit. Ja, mal kein Hardcore-Spieler, ja. Stimmt, Hardcore ist eigentlich auch Bock. Schuhe und Handschuhe. Handschuhe hab ich auch eine so mitgegangen. Geil. Ah, Messer. Was? Und das Loot ist jetzt ruhig? Jeder hat sein eigenes Loot, ja. Das heißt, man muss überall, wenn jetzt hier oben Leute umgehauen haben, muss ich hingehen und mein eigenes Gold einsammeln? Ja. Ja. Und los! Jawoll! Ach, Diablo. Auf den Dates hauen! Ach, das Leben, ich hab keinen Bock mehr, ich hab keinen Splat. Ja. Ketzer. Da müssen wir eigentlich hin. Da oben. Kille. Da zu dem Wegpunkt und dann müssen wir wieder in die Stadt und dann kommen wir von dem Wegpunkt da auf die Wadder. So? Ist geil mit diesem Umschwung hier, Spalten-Ding kann ich das ganzen Fässer alle auf ehemoscxt. Du. Mörder! Nö! Also wir müssen denn den Wegpunkt in die Stadt nehmen. Ne, müssen wir hen, aber es kürzer. Dannos kann ichaw dann nie lang farben. Na, wir müssen schon erstmal in die Stadt und uns dann neu beraten mit hier… irgendwie Mit dem wahrscheinlich auch. Hauptmann, Rundfurt. Kaste halten. Komm, Lea, mach mal ruhig. Mal Zeug verkaufen, ja, oder? Ich hab alles wieder rausgeschmissen. Das ist ein Crap, Mann. Das hat alles zu Gold gebracht und jetzt hab ich schon 916 eingesammelt. Hm, das reicht. Auch schöne Statistiken haben sie. Wenn du bei Inventar links auf Details gehst, das waren Antibuden. Das fände ich super. Kommt der mit? Alter, Ruin, ja. Und los. Ist das nicht die Kleine aus dem Mito, ja, ne? Hm. Mensch, jetzt hab ich schon 3 Chicks. Hm. Pimp. Tode, doof, wohnert. Ich bin halt der übste Chick-Magnet, ne? Hm. Aber die ist lesbisch. Guck mal links, die ist voll auf dich gefocust. Auf mich? Hm. Naja, würde ich auch. Ja, ne? Oh, schön. Super Essen, ja. Ich muss auch der Frost ein bisschen Power-Din-Rufe nehmen. Oh, ja. Kein Ding! Äh. Der Frost ist da, wisch? Ja, das wird nicht sterben. Ja, das ist okay. Na ja, ist doch ganz geil. Oh, was? Da ging das Ding nochmal hoch. Ja. Magischer Gegenstand gefunden. Ah, gibt mehr Erfahrung, wer getötet den Gegner. Das komische Ding, was ich bekommen habe. Ach geil, wie du auch looten. Gut, jetzt wollen wir wieder raus, oder was? Hm. Ja, okay. Jetzt müssen wir gleich mal in die Kategorie. Nicht genug Wut. Auch jetzt. Geil. Nicht genug Wut. Also bei dem Einloggen hier vom Blizzard, da hat man genug Wut gesammelt. Ja. Auf jeden. Sollte länger weichen. Oder Hass, oder weiß ich, wie das bei euch heißt. Äh. Wurfspieß, kann ich mit dem normalen Schaden zu fügen? Das wäre es nicht doch, ne. Hm, das kann ich ja nicht sagen. Guck mal einfach mal. Macht auf jeden Fall schon mehr als doppelt so viel Schaden. Ja, also das Einloggen, das war aber gestoppt. Absolut Quatsch. Oh, der Spieß ist nice. Kann man machen. Neue Fertigkeit. Das ist schon vier, Alter, du Arschler. Aufstampen. Ich bin ein Monster. Aufstampen, braucht keiner. Wo kommen die denn her, hier aus dem Boden? Wie kann das sein? Er ist ein Untote. Das kommt zum guten Tod. Ja, da war ja was. Baumstürmung. Sei ich rein, oder willst du jetzt mal noch vorbeigehen? Ähm. Stimmt, du willst mich auch nicht mehr, oder? Nö. Nö. Was gibt's da noch? Da ist ja noch ein ganz schöner Part da draußen. Ach komm, dann geh mal hin. Also wenn, aber nicht. Ja, ich bin doch gar nicht durch, oder? Ach ja, stimmt, da geht's noch nö. Gut vergessen. Ist ja alles gut, meine auch. Ja, dann. Wenn du, bist du immer der, der hier... Ah, eben ein Wunder springt. Bist du immer der, der sagt, ich muss immer schnell und schnell durch, ne? Das sowieso. Naja. Also, wir können mal schnell einen Cut machen.